Diese Mantren, die werden eben auch von den Meistern gelehrt mit dem, was sie bedeuten. Und dieser Meister, der heißt Chirti Sai Baba, der hat ein ganz besonderes Leben und auch ganz viele besondere Fähigkeiten, hat ganz vielen Menschen geholfen, die geheilt und einfach so Wunder vollbracht, ja sogenannte Wunder, eigentlich Sachen vollbracht, von denen man nie glauben würde, dass es überhaupt möglich ist. Aber er hat nur ein einziges Mantra gelehrt und das ist sein persönliches Mantra, so nennt man das. Und er hat gesagt, dass jeder, der dieses Mantra singt und sich dabei an ihn wendet, durch ihn Hilfe und Heilung erfahren wird. Und er hat nur ein paar Jahre alt, aber es ist im Song dabei, also ein paar Jahre alt. Und er hat nur ein paar Jahre alt. Und er hat nur ein paar Jahre alt. Und er hat er nicht geholfen, oder er hat nur ein paar Jahre alt. Om Sai, Sri Sai, Jai Jai Asai. 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 Amen. 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 Amen.